Herzlich Willkommen zurück zu den Datenspuren. Ich hoffe, es gefällt euch allen soweit bis jetzt. Ja, ja, ja. Ein bisschen zögerlich. Wahrscheinlich sind hier Leute noch ein bisschen gut gesättigt vom Mittagessen und leicht in Narkose geraten, aber jetzt machen wir da auf, denn es geht natürlich um das Herzensthema der Datenspuren, die namensgebenden Datenspuren oder wie man sie vermeiden kann. Und da gab es ja so einige Vorschläge in den letzten Jahren, wie man das im Finanzwesen hinbekommen könnte. Ich sage mal, Kryptowährungen wurden vorsichtig gesagt, kontrovers diskutiert. Und wir werden uns heute mit etwas anderem befassen, was nicht eine Blockchain ist, sondern ein Thaler. Also wir gehen zurück ins Mittelalter, ist hier so meine Wahrnehmung davon, oder vielleicht auch in die Zukunft, wir werden es sehen. Das erklären uns jetzt Leo Wittmann von der geweinwohlorientierten GLS-Bank, dort engagiert in dem Thaler-Projekt und Professor Christian Grothof von der Berner Fachhochschule. Das passt. Wunderbar. Viel Spaß. Ja, vielen Dank für die nette Einleitung. Schön, dass ihr es hier zu uns hoch geschafft habt. Vielleicht mal so als kurzes Stimmungsbild, wie viele von euch dann schon mit spurlos bezahlt haben. Heute. Okay. Ja, das setzt ja zumindest schon mal so eine Grundvertrautheit voraus mit dem, worum es gehen soll. Denn das Thema für die nächsten 45 Minuten von Christian und mir, das wir mitgebracht haben für euch, ist nämlich Gnudthaler Event und Regionalwährung mit freier Software und Privacy. Und wir wollen uns eben genau dieser Frage nähern. Wie können wir Privatsphäre waren bezahlen im spezifischen Kontext eben von Regionalwährung und Eventwährung? Und vielleicht, bevor wir jetzt dann auch nach dem Mittagessen wieder in die schwere Kost, das Technische einsteigen, nochmal mit den ganz gut liegenden Dingen, was Thaler eigentlich genau ist, was Gnudthaler eigentlich ist. Und am besten, um das vielleicht in einem Satz zusammenzufassen, ist Thaler eigentlich an sich das Software-Stack für ein Privatsphäre-warntes Zahlverfahren. Und das dir eben erlaubt, ohne dass deine persönlichen Daten oder dass du quasi als Person exponiert bist in der Zahlung, genau, diese zu tätigen. Und dann vielleicht auch nochmal als vorgelagerter Schritt zu den technischen Themen, nochmal das Ganze inhaltlicher zu verstehen oder auch zu verstehen, was da noch weiter anleitend ist. Vielleicht die Design Principles noch einmal vorweggestellt. Was in der Entwicklung von Gnudthaler, mit der ja Christian betraut ist, eine Rolle spielt. Und ihr hört es immer wieder, spurlos, anonym, Privatsphäre-warnt. Aber es ist eben auch das Gnudthaler, die freie Software, die eben erlaubt, hier ohne technische oder rechtliche Monopole genau Einblick zu nehmen, weiterzuentwickeln, zu verändern, für die eigenen Zwecke zu adaptieren, mit Gnudthaler eben als freie Software zu arbeiten und eben dann der Schutz der Privatsphäre ganz oben. Das heißt, meine Bezahldaten, aber auch die Transaktionsdaten etc. pp., genau, die werden eben geschützt. Meine Privatsphäre als natürliche Person bleibt gewahrt. Und das ist auch das vielleicht, was dann in der Überprüfbarkeit die Spiegelseite findet. Also ich bin auf der einen Seite als private Person anonym, trete ich aber als juristische Person auf oder als Unternehmen, als zahlungempfangende Partei, dann ist es ganz auf einmal überprüfbar. Das heißt, da verlassen wir dann den Bereich der Anonymität. Ich bin, genau, mit meinen Transaktionen dann offengelegt. Und aus vielerlei Gründen ist das sinnvoll, zum einen eben um eine Versteuerbarkeit herzustellen, aber eben auch um gegen Geldverschätztwerte vorzugehen. Und das ist auch dann der Punkt, der eben im Zahlungsbetrug unter Bindenanwendung findet. Das System ist eben so ausgestaltet, dass eben das möglichst vermieden wird. Und sollten personenbezogene Daten erhoben werden, sollten die irgendwo anfallen, dann gilt hier wieder die Maxime, dass die doch bitte minimiert sind, beziehungsweise wenn sie eben nicht mehr gebraucht werden, gelöscht werden, Minimierung von notwendigen Daten. Und auch Benutzerfreundlichkeit, Nutzerfreundlichkeit, das zu maximieren. Zum einen eben für die EndnutzerInnen, für euch, die wir damit bezahlen, aber eben auch für EntwicklerInnen, die das Ganze dann in welche andere Systeme integrieren, sehen, dass das eben niedrigschwellig ist und dann eben auch niedrigschwellig im Sinne von einer Barrierefreiheit der digitalen Lösung, dass eben NutzerInnen unabhängig ihrer Voraussetzung genug Thaler gut verwenden können. Das, was auch dann vielleicht die Abgrenzung nochmal klarer macht zu Blockchain-basierten Lösungen oder auch zur ganz klassischen Welt des Bezahlens, ist die Effizienz des Protokolls bei Thaler und die dann eben auch hier in dem Seinprinzip der Effizienz Berücksichtigung findet. Das hat dann zum einen ganz praktische Gründe, dass die Transaktionsraten relativ kostengünstig hoch zu bekommen sind, aber eben auch deswegen dann Kosten minimieren beziehungsweise überhaupt erst gewisse Transaktionen wirtschaftlich abbildbar sind. Das heißt, Micropayments bei Thaler aufgrund der Effizienz erstmalig in einem Bezahlverfahren funktionieren und dann hohe Ausfallsicherheit, das ist relativ selbsterklärend bei einem Zahlverfahren, dass das hochverfügbar sein sollte. Und genau, Gnu Thaler, Eventwährung, Regionalwährung, aber das Ganze lässt sich ja auch nochmal größer machen und das ist das, woran wir unter anderem auch unterwegs sind mit dem NGI Thaler-Projekt, da das Ziel abseits von Regionalwährung oder abseits von Events Gnu Thaler als Zahlverfahren in der breiteren Masse verfügbar zu machen, da sind wir im Rahmen des NGI Thaler-Projektes zugange. NGI Thaler hier stehen für Next Generation Internet, das ist erstmal nur ein Fördervehikel der Europäischen Kommission, das Ganze ist eben finanziell von der Europäischen Kommission eben hier Privatsphäre, Wandelzahlung europaweit in der Eurozone, in Ungarn, in der Schweiz NutzerInnen verfügbar zu machen und daran arbeiten wir mit einer relativ breiten Gruppe, Christian, nächste Folie, genau, und zwar mit elf Parteien in Europa verteilt, Akteur in der Zivilgesellschaft wie Homo Digitalis aus Griechenland, die GLS-Bank oder die Magnet-Bank aus Ungarn, aber auch die Universitäten oder zum Beispiel E-Seniors, die sich für eine Barrierefreiheit im Digitalen eben auch einsetzen. Das vielleicht so als Hintergrund, es gibt Gnu Thaler, die Design Principles, was ist Gnu Thaler, es gibt das NGI Thaler-Projekt, das sich darum einsetzt, Thaler als Zahlverfahren in der breiten Masse verfügbar zu machen, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, den Software-Stack Gnu Thaler eben auch anders zum Einsatz zu bringen und das ist eben das, worum es jetzt gleich nochmal verstärkt gehen soll, nämlich um die Anwendung im regionalen Zusammenhang für Events. Und da stellt sich, oder zumindest mir mit meinem Hintergrund, ich weiß nicht, wie es euch geht, auch schnell die Frage nach der Regulierung, also wenn wir Finanzdienstleistungen erbringen, wenn wir Zahlungsdienstleistungen erbringen, werden die in der Regel ja reguliert. Deswegen vielleicht, bevor wir in das Technische eingehen, auch nochmal da einen Blick drauf. So, ich habe gedacht, ich nehme zwei Paragraphen mit rein, das ist das, was ich da maximal mit verbringen möchte, aber vielleicht einmal darauf blickend, was zum Beispiel bei NGI Thaler greift oder allgemein, wenn wir Zahlungsdienste erbringen. Das ist zum einen die Definition eben, was sind Zahlungsdienste? Das ist zum Beispiel das Zahlen vom Girokonto, Auszahlen in der Form von Bargeld, das Einzahlen in der Form von, ich überweise auf mein Konto, ist aber auch dann ganz generisch die Abwicklung von Zahlungen im Allgemeinen, also dann eine SEPA-Transaktion etc., das fällt alles darunter. Die Ausführung von Kreditkartenzahlungen, also Zahlungen mit einem Kreditrahmen, fällt darunter aber eben auch die Ausgabe von Zahlungsinstrumenten, wie das eben im Falle von NGI Thaler Anwendung findet. Aber der Grund, warum ich das euch sage, ist jetzt nicht, dass Gnud Thaler an sich reguliert gehört, sondern eben mit dem Verweis auch nochmal dann auf die Ausnahmen, die das Ganze wie Eventwährung und Regionalwährung überhaupt erst möglich machen. Denn es gibt nämlich unter diesem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz eben die Option, Zahlungsinstrumente zum Einsatz zu bringen, die eben nicht reguliert sind. Und das ist das, was eben im Kontext von Regionalwährung und Eventwährung das Ganze überhaupt erst realistisch werden lässt, wenn man eben hier nicht reguliert wird, wenn man das Ganze anbietet. Es gibt ein paar Ausnahmen, die eben dann gewahrt werden müssen, nämlich dass zum Beispiel das Instrument jeweils nur auf einem abgesteckten räumlichen Gebiet einer Region benutzt werden kann oder halt eben dann zeitlich Begrenzung findet und eben nur sehr eingeschränkt für gewisse Waren und Dienstleistungen verwendet findet. Das ist jetzt hier für Regionalwährung und Eventwährung weniger relevant, trifft dann zum Beispiel so Gutscheine. Und dann, wenn das Ganze Erfolg hat oder wenn das Ganze dann eingesetzt wird, sollte es aber dann eben noch die Grenze wahren, dass innerhalb von zwölf Monaten nicht mehr als eine Million Euro Transaktion umgesetzt werden. Ja, Özgür? Was ist ein begrenztes Netz? Begrenztes Netz werden zum Beispiel begrenztes Netz ein Händler. Das heißt, du hast eine gewisse Anzahl an Händlern, die angebunden sind, aber jetzt nicht generell zur Verfügung gestellt wird. Also, genau. Gerne. Genau, die zweite Folie dazwischen, die brauchen wir auch noch. Genau, wenn man dann das Ganze regional begrenzt oder eben auch zeitlich begrenzt anbietet, gibt es noch weitere Anforderungen, die dann greifen, nämlich, dass pro Kunde, pro Event oder pro Nutzer, vielmehr pro Event die Grenze von 250 Euro nicht überschritten wird. Das heißt, da in den Volumina, in dem man sich bewegt, eingeschränkt ist. Genau, das Gleiche greift dann auch für das Instrument, mit dem ich arbeite, in unserem Fall eben die Wallet und auch im Falle von Peer-to-Peer-Zahlungen, also in dem Moment, wo ich zum Beispiel Christian Geld übertrage und das nicht nutze direkt zum Bezahlen von Getränken oder Essen. Das ist eben auch zu gewährleisten. Und das Ganze sollte nicht gegen Bargeld ausgezahlt werden und Verzinsung sollte nicht stattfinden. Aber genau, das nur als grundlegendes nochmal. Und auch der Hinweis, Ausnahmen, ob diese Regelung oder wenn man diese Regelung eben nicht einhält, sind dringlichst mit der BaFin abzustimmen vorher. Und das vielleicht auch nochmal der Hinweis hier, das ist jetzt hier keine Conclusive-List all der Themen, die irgendwie relevant sind beim Betreiben von Zahlinstrumenten. Das ist ja auch hier keine Rechtsberatung, deswegen vielleicht, wenn ihr daran gedenkt, das Ganze für euch selbst umzusetzen, ihr angehalten seid, den Rahmen für euch selber einmal abzuchecken, genau, dass man da nicht in regulatorische Fallen tritt. Was braucht man darüber hinaus? Regulatorik verstehen, Ausnahmen beachten, die anderen Anforderungen auch beachten. Jetzt ist die Frage, wie wird das verwendet, wenn man tatsächlich als zum Beispiel Datenspuren-Teile anbinden möchte. Und dann stellt sich zum einen die Frage nochmal, wie sollen denn dann die NutzerInnen das Ganze aufladen können. Hier bedarf es eines Zahlungskontos. Wir haben ja die zwei Optionen, entweder gegen Bargeld oder eben gegenüber die Sofortüberweisung. Und die Sofortüberweisung macht dann eben ein Zahlungskonto bei einer Bank. Das zur Voraussetzung auch mit den notwendigen technischen Tischstellen, damit eben die Überweisung zugeordnet werden kann zu dem Guthaben. Aber das ist so ein bisschen das Pferd von hinten aufzusatteln, Christian, denn wir haben ja noch gar nicht über die eigentlichen technischen Voraussetzungen gesprochen. Und das ist jetzt das, wo du zum Einsatz kommst. Erklär uns doch mal, wie Taler eigentlich funktioniert. Gut, ich fange mal an mit meinem erweiterten Dreieck. Es ist keine Ahnung, es gibt noch viel mehr. Also ganz high level haben wir die Exchange, das ist der Bezahldienstleister, das sind hier die Datenspuren. Das ist das, was die Organisation betreibt. Die Exchange signiert digitale Münzen, das ist der Herausgeber der Münzen. Der Betreiber der Exchange ist dann verantwortlich für den Gegenwert. Die landen dann bei euch in euren Wallets auf den verschiedenen Telefonen. Es gibt auch eine Kommandozeile, wurde an Eröffnung nicht angekündigt. Ich weiß nicht warum, eigentlich das Wichtigste. Dann kann man das Geld ausgeben. Wir haben hier als Merchant ist immer nur der Empfänger des Geldes. Das kann auch wieder ein anderes Wallet sein, wie ihr vielleicht mitbekommen habt inzwischen. Für den Merchant, da gibt es ein Merchant Backend. Wenn man das daran überweist, geht es automatisch wieder auf ein Bankkonto. Aber auf jeden Fall muss der Empfänger, wer das auch immer ist, dann zur Exchange hingehen und sagen, hey, ich habe hier eine Münze bekommen, ist die echt. Und zwar echt nicht nur im Sinne von, hat die eine richtige Signatur drauf, sondern auch ist die schon mal ausgegeben worden, weil wir können alle kopieren. Ja, ich weiß, das muss man der EZB noch erst sagen, aber wir können kopieren. Und deswegen ist die Münze nur so lange echt, wie sie noch nicht ausgegeben wurde. Und bei der Exchange gibt es dann immer eine Datenbank, wo man reinschreibt, die wurde ausgegeben. Und beim Abhebevorgang haben wir die Münzen blind signiert. Das heißt, wir haben nicht gelernt, welche Münzen wir in Umlauf gebracht haben. Aber hier kriegen wir es dann eben mit. Aha, diese Münze, ich sehe sie zum ersten Mal. Okay, dann ist sie gut, wenn sie die richtige Signatur hat. Wenn ich sie zum zweiten Mal sehe, sage ich, du hast sie schon mal ausgegeben für was anderes. Kann ich dann auch nachweisen für was. Und dann will ich den Bezahlvorgang ablehnen und sage, der Händler, hast du vielleicht vom Backup restauriert oder sowas, hol mal wieder neues Geld. Ja, dann haben wir noch eine optionale Komponente, den Auditor. Ihr habt alle das mitbekommen, es gibt diese Banken wie Wirecard und so weiter. Und wir haben irgendwie gedacht, einfach sozusagen, die kann man vertrauen. Bei den Datenspuren vielleicht. Aber wenn dann nicht tausend, sondern ein paar Millionen im Umlauf sind, ist es vielleicht ganz gut, wenn mal jemand drüber guckt. Und da wir hier auch noch elektronische Signaturen als Beweise sammeln, können wir eigentlich in Echtzeit die Signaturen nochmal nachrechnen. Replizieren das einfach die Datenbank, gucken uns die Kontostände an und sagen dann, jawohl, das passt. Das ist der Auditor. Aber das Optional, wenn man das als Regionalwährung macht, ist das vielleicht übertrieben oder so gerade als Eventwährung. Aber ist eben da im Konzept. Machen wir weiter. So, wie läuft das jetzt? Also der Kunde fängt an, installiert sich sein Wallet und geht dann zu seiner Bank. Das kann auch jemand hier sein, der ein Bankkonto hat und Bargeld annimmt. Und gibt dem Geld und sagt dann, der Bank zum Beispiel macht eine Echtzeitüberweisung auf das Konto, wo dann das Geld liegt, in diesem Fall bei den Datenspuren bei der GLS-Bank. Die sagt dann der Exchange, hey, ich habe da Geld bekommen von diesem Wallet. Das Wallet wird über einen Public Key identifiziert, deswegen dieser tolle Betreff. Und dann kriegt das Wallet die digitalen Münzen blind signiert ausgestellt. Ja, kann man dann ausgeben beim Händler, der reicht sie ein. Und das wird dann wieder auf das Konto des Händlers dann gut geschrieben am Ende. Das wird nicht passiert, nicht bei jeder Transaktion. Die können erst noch gebündelt werden, dass man die erst addiert, über einen Tag, über eine Woche, über einen Monat. Wenn man das bei einem Event dann falsch einstellt, fragt man sich, wieso wird kein Geld überwiesen? Ach, hast du die Deadline für in einem Monat gesetzt? Ja, aber ist eben konfigurierbar, wie häufig diese Wire-Transfers passieren sollen, weil die im Kernbankensystem ja gegebenenfalls wieder Gebühren kosten könnten. Die Gebühren hier unten, kann man auch welche einstellen, bei Events eben häufig dann auf Null. Die technischen Gebühren, naja, kryptografische Signaturverifizierung, was in den Datenbank schreiben, ist so ein Tausendstel von einem Cent. Insofern, was man an Gebühren einstellt, ist eigentlich der Profit, den man gerne machen möchte. So, weiter. Ja, jetzt nochmal zu den Komponenten. Die Exchange sieht so harmlos aus, man braucht mindestens eine pro Währung. Da haben wir dann ein Rest-API, wo man dann mit interagieren kann, ist natürlich spezifiziert. Die Exchange hat dann auch weitere Hilfsprozesse, die sowas machen wie Transaktionen aggregieren, gucken eingehende Transaktionen aufs Bankkonto, ausgehende Transaktionen aufs Bankkonto und so weiter. Es gibt dann die Möglichkeit, da auch KYC-Support einzudocken, also Know Your Customer, wenn Banken Kunden identifizieren müssen, machen sie einen KYC-Prozess. Bitte mal E-ID vorzeigen, Adresse verifizieren, DNA-Probe hinterlassen, was auch immer. Da können wir das über OAuth 2, das kennt ihr, als allgemeines Protokoll machen. Also wenn man einen OAuth 2-Dienst hat, kann man das darüber einbinden oder eben auch proprietäre APIs einbinden, die so einen KYC-Prozess durchführen, wenn notwendig. Und dann haben wir noch Single-Page-Apps, also Web-Anwendungen, die entweder für die Bank dann da sind, dass die eben ihre Geldwäscheprozesse machen kann oder Anti-Geldwäscheprozesse machen kann beziehungsweise der Kunde diesen KYC-Prozess durchführen kann. Weiter. Ja, also wenn das so ein Ding läuft, sieht das eben so aus, wir haben den eigentlichen Web-Dienst, wir haben ein paar Hilfsprozesse, die Krypto-Keys verwalten, wir haben unsere Datenbank, Hilfsprozesse und dann die Anwendung an das Kernbankensystem über diese komponenten hier Nexus. Weiter. Ja, dann haben wir das Wallet. Das ist ein etwas älterer Screenshot mit noch Bitcoins drauf. Habt ihr ja auch schon gesehen, hoffe ich. Das Wallet gibt es für Android, F-Droid, Web-Extension, iOS. Wir haben jetzt festgestellt, es läuft auch noch auf Ubuntu Touch. Ja. Die Wallets haben alle die gleiche Kernlogik. Die ist einmal in TypeScript geschrieben und dann haben die verschiedenen nativen Blutzoberflächen die gleiche Kernlogik. Jedes Wallet ist schon gleich Multi-Currency fähig. Wir haben diese Kudos-Demo-Währung, Event-Währung, Euros, Franken, was auch immer. Und kann eben auch Wallet-to-Wallet-Payments auf den neuesten iPhones auch per NFC. Danke, Europäische Kommission, für den Digital Markets Act. Geht nur in der Europa, also EU, aber okay. Ja, die Wallets haben auch schon Integrationsmöglichkeiten mit anderen Apps. Man kann jetzt zum Beispiel mit Android Intense auch mit den Wallets interagieren und sagen, hey, ich habe hier einen Bezahlvorgang, frag mal den Kunden, ob er bezahlen möchte und solche Sachen geht es auch schon. Ja, weiter. So, Auditor. Ja, das ist jetzt eben die Komponente, die die Exchange überwacht. Die kriegt eine Datenbank von der Exchange gemirrert, hat dann verschiedene Hilfsprozesse, die eben Signaturen prüfen. Die Wire-Hilfsprozesse reden dann mit der Bank, gucken auch, ob die Transaktionen, die behauptet sind, dass die durchgeführt wurden, auch da sind und die Balance passt. Der Auditor hat dann auch ein Rest-Frontend. Auf der einen Seite können die Merchants darüber Sachen an den Auditor melden und auf der anderen Seite haben wir eine Web-Anwendung, die uns dann anzeigt, in Echtzeit, wenn irgendwas schief geht. Dass man sozusagen auch dann einfach nur da einen Blick drauf werfen kann und sagen kann, okay, ist das alles in Ordnung. Weiter. Ja, dann zur Bank-Anbindung gibt es diese Lexus-Komponente. Nexus spricht das ABIX-Protokoll. ABIX ist ein europäischer Standard, mit dem man Banktransaktionen sich herunterladen kann. Das ist der Nachfolger vom Home-Banking-Computing-Interface. Das war so vor diesen Web-Interfaces, das man mal hatte, um auf Bankkonten zuzugreifen. Da kann man sich dann einfach in seine Transaktionshistorie runterladen und Transaktionen, die man ausführen möchte, hochladen zur Bank. Wir können da jetzt auch Instant-Sepa inzwischen. Das funktioniert mit der GLS-Bank, mit der Postfinanz in der Schweiz, mit verschiedenen Währungen. Aber viele Banken machen da ihre eigenen kleinen Variationen von ABIX. Insofern geht nicht davon aus, ach, ich habe da noch eine weitere Bank, die sagt, sie macht ABIX. Das klappt nicht immer automatisch. Wir haben nicht nur festgestellt, es gibt Länder-Dialekte, wie Schweiz und Deutschland. Es gibt dann auch den Banken-Dialekt. Und dann gibt es so die speziellen Banken, wie zum Beispiel die Postfinanz, die hat eine Sandbox. Die implementiert ABIX anders als ihr Produktionssystem. Sehr gut. Und es gibt dann auch wieder die Implementierung von dem eigentlichen Standard, die dann vom Standard abweichen. Also da muss man gut testen, bevor man sagt, okay, das klappt mit der Bank. Weiter. So, normalerweise, wenn man eben eine richtige Bank dahinter hat, ist das schön, aber wenn man eine Regionalwährung hat, braucht man seine eigene Bank. Dafür haben wir die Lippe-U-Finn-Bank. Die nutzen wir auch für unsere Demozwecke. Das ist dann sozusagen abgekapselt. Dann kann ich meine eigene Währung komplett da erzeugen. Das ist, wie ich betreibe meine eigene Zentralbank, mein eigenes Kernbankensystem. Oder als Regionalwährung wird es dann eben an die Euros angedockt. Dann machen wir eine Konvertierung von Euros an spurlos. Da kann man dann eben sich auch Bankkonten in der Regionalwährung klicken und kann die Exchange an dieses Regionalwährungsbank dann dran docken. Weiter. Ja, wenn man sowas hat, aber so ist es ganz hilfreich, nicht das mit der Web-App zu machen. Wir haben auch eine Cashier-App. Die läuft nur auf Android. Da kann ich dann, wenn ich ein Konto bei dieser Regionalwährungsbank habe, einfach sagen, okay, da kommt jemand zu mir, möchte gerne 5 Euro konvertieren. Ich nehme das Bargeld an, kriege den QR-Code, Handy einscannen und dann hat man das Geld auf dem Telefon. Next. Ja, wir haben es noch ein bisschen übertrieben. Gerade jetzt hat ein Bachelor schon seine Arbeit gemacht. Integration mit Volley. Das ist so eine Android-Variante mit einer Kreditkarten- oder Kartenannahme-Funktion. Das funktioniert mit Wind, mit Kreditkarten, Debitkarten und so weiter. Wenn man da einen entsprechenden Provider hat, kann man dann wirklich mit der Karte direkt sein Taler-Bodet aufladen. Braucht aber einen Bezahldienstleister, der Karten annimmt. Und die machen das normalerweise nur mit einem Business. Und das dauert. Wir haben irgendwie so ein halbes Jahr gebraucht, um den Provider freizuschalten für unser Deployment. Ist etwas aufwendiger. Aber wenn man jetzt sagt, ich habe da Leute, die kommen mit Karte und nicht mit Bargeld und wollen trotzdem in die Regionalwährung rein, auch dafür gibt es eine Lösung inzwischen mit dem Cache-List-to-e-Cache. Ja, wenn ihr sagt, ich möchte mein eigenes KYC machen, Adressverifikation, sei es E-Mail-Adresse, Telefonadresse oder physische Adresse, gibt es den Challenger. Das ist einfach eine ORF2-Implementierung, der diese KYC-Dienstleistung machen kann. Dann haben wir für die Freunde der Blockchain die Polymerization-Komponente. Lippe Ufin bindet uns eben ans Bankensystem an. Die Polymerizer bindet uns an Bitcoin oder Ethereum an. Falls also jemand Bitcoin oder Ethereum mal wirklich tokenisieren möchte und Datenschutz hinzufügen möchte, kann er das mit dem De-Polymerizer machen. Ich empfehle das rechtlich aus Russland zu tun. Oder Nordkorea könnte auch gehen. Ansonsten könnte es sein, dass die BaFin klopft. Gut, für die Händler haben wir das Händler-Backend. Da läuft sozusagen die Krypto für den Händler. Der hat auch wieder eine Restoberfläche, wo er das administrieren kann, Bankkonten hinzufügen kann, Produkte hinzufügen kann, Inventar managen kann, die Orders sehen kann. Er kann dann auch Refunds geben, er kann diese QR-Codes generieren mit Templates, die ihr hier als überall rumfliegen seht. Bitte Spende an, bitte Essen bezahlen und so weiter. All das geht mit diesem Backend. Wenn man Transaktionen auslöst, kann man auch mit Webhooks dann irgendwelche andere Business-Logik starten, wenn der Kunde bezahlt hat. Ja, das ist das Merchant-Backend. Dann haben wir Plugins in E-Commerce-Systeme. Ihr kennt ja alle von so Chaos-Events häufig Pretix. Die Pretix-Leute haben für uns eine Thaler-Integration gebaut und unterstützen das im Prinzip. Müsste nur ein Event geben, das Pretix nutzt und Thaler, dann können wir das nutzen. Es gibt auch ein WooCommerce-Plugin für die WordPress-Nutzer. Weiter. Es gibt ein Joomla-Plugin, das ist noch so eine E-Commerce-Plattform. Weiter. Es gibt auch noch die Point-of-Sale-App, die jetzt hier an der Getränkekasse unten steht. Könnt ihr da auch sehen und ein bisschen rumspielen vielleicht, wenn sie euch lassen. Die speist sich aus dem Inventar im Merchant-Backend. Kann man also einfach im Merchant-Backend das Inventar konfigurieren. Gibt dann nur die Credentials in die Point-of-Sale-App ein für das Merchant-Backend und kann dann damit leicht die QR-Codes erzeugen, dynamisch für die Order passend. Und das wollen sie dann genau, was es da gerade gekauft hat. Was man bei diesen statischen, ausgedruckten QR-Codes solchweise nicht machen kann. Ja, dann haben wir den Thaler-MDB. Das ist ein Stück Hardware für den Multi-Drop-Bus. Ein Multi-Drop-Bus ist ein 9-Bit-Bus, der von Coca-Cola schon geset wurde, für diese schönen Automaten. Aber nicht nur dieses Modell, sondern alle möglichen Automaten. Funktioniert mit dem Multi-Drop-Bus. Und mit dieser Hardware kann man dann eben da auch Thaler in solche physischen Automaten integrieren. Hier ist ein Raspberry Pi dahinter. Da oben wird ein QR-Code angezeigt. Hier unten haben wir noch so einen NFC-Leser, falls man per NFC bezahlen möchte. Also auch dafür gibt es schon Hardware. Ja, dann haben wir noch die Situation, dass man vielleicht offline bezahlen möchte. Wenn der Kunde online ist, hat sein Telefon, aber ich bin jetzt am Stand und möchte trotzdem verifizieren, aber ich habe jetzt keinen Point-of-Sale, dann haben wir die Möglichkeit, per OTP-Code das zu machen. Das Merchant-Backend generiert den OTP-Code und ich kann mit dieser schönen Open-Hardware, erster Prototyp hier, dann den OTP-Code verifizieren. Jetzt könnt ihr alle sagen, aber OTP-Code gibt es doch schon. Das Besondere hier ist, wir integrieren noch den Betrag, den man hier dann eintippen kann und validieren dadurch, dass der Kunde genau diesen Betrag jetzt bei meinem Backend bezahlt hat. Und das kann ich machen mit so einem einfachen OTP-Offline-Generator und brauche dafür keine Netzwerkverbindung und kann trotzdem beweisen, der Kunde hat gerade bei meinem Online-Backend bezahlt. Also auch offline als Händler, kein Problem, solange mein Backend online ist. Ja, was haben wir sonst noch? Es gibt Arbeit an Privacy-Bedriffing-Auktionen, also mehr Programmierbarkeit hinzufügen. Es wird hier in Dresden gearbeitet, an einem Embedded Wallet, für all die, die Telefone hassen. Gibt es dann hoffentlich bald auch noch eine bessere Variante. Es gibt Integrations-Name-System, es gibt Leute, die arbeiten an Performance-Verbesserungen, es gibt Leute, die arbeiten, dass man Spendenquittungen über das System bekommt. Das Hauptproblem da ist, Spendenquittungen anonym geht super, aber rechtlich sagt man ganz mal, die Bank spenden ist nicht erlaubt. Weil anonym spenden ist irgendwie böser, als anonym was kaufen, auch an eine gemeinnützige Organisation. Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen rechtlich arbeiten. So, dann arbeiten wir an Subscriptions und Discounts, dass man auch eine Subscription kaufen kann, wie zum Beispiel bei der Zeitung, möchte ich jetzt ein Monatsabo abschließen, aber es soll trotzdem jeder Artikel, den ich lese, nicht verknüpft werden können, dass keine Profilmindung stattfindet. Dann kann ich so einen Subscription-Token kaufen, bekomme immer ein neues Token, wenn ich einen Artikel gelesen habe. Das heißt, der Publizist kann nicht sehen, welche Artikel ich lese, aber ich kann auch nur eine Sequenz von Artikeln über den entsprechenden Zeitraum lesen. Das kommt jetzt auch noch bald als Feature. Und wir arbeiten mit einer sehr interessanten Organisation, My Oral Village. Die fokussiert sich darauf, das Ganze benutzbar zu machen für Leute, die nicht lesen können oder die Point Decimal Notation, also mit großen Zahlen nicht umgehen können. Es hat ja nicht jeder eine Schulbildung abgeschlossen. Das sind auch noch so Sachen, die kommen sollen. Ja. Wie könnt ihr helfen? Ja, es gibt eine Mailing-Liste, da kann man beitreten. Erstmal hier auf der Veranstaltung wichtig, wenn ihr Fehler bemerkt, bitte melden. Am einfachsten im Bug-Tracker. Dann sehen wir das und vergessen das nicht und können auch gegebenenfalls Rückfragen stellen. Wir haben ein Webplate-Setup, da kann man Übersetzungen beisteuern. Also wenn ihr feststellt, das ist ja alles gar nicht auf Deutsch. Ja, ihr könnt helfen. Also zumindest, wenn ihr auch Englisch könnt oder sowas. Wir haben die ganzen Dokumentationen zur Integration zu den Rest-APIs auf docs.thaler.net. Wenn ihr also Ideen habt, hey, dieses Ding braucht noch dringend Thaler-Support, durch die Dokumentation durchklicken, Schnittstellen finden, implementieren. Ihr könnt natürlich auch direkt bei uns mitarbeiten. Das ist alles freie Software. Alles GNU General Public License oder Affair-GNU General Public License. Das ist ja schließlich ein GNU-Projekt. Und wir leben natürlich auch von der Community, die mitmacht. Das Kernteam von so sechs Entwicklern hat das nicht alles alleine gemacht. Wir brauchen viele Mitstreiter, die ein bisschen freiwillig mitarbeiten. Aber es muss nicht alles unbezahlt passieren. Es gibt im Rahmen vom NGI-Tader jetzt auch die Möglichkeit, dafür von Internet Geld zu bekommen. Wenn ihr also eine Idee habt für ein größeres, tolles Projekt, was etwas größere Unterstützung brauchen könnte, kann man sich hier leicht mit 1.200 Zeichen bewerben für Funding. Dauert in der Regel so zwei Monate. Der nächste Deadline ist der 1. Oktober und das wird wahrscheinlich die nächsten zwei Jahre alle zwei Monate eine solche Deadline geben. Also mit guten Ideen bitte da bewerben. Dann könnt ihr hoffentlich Unterstützung bekommen. Ich und andere hier dürfen euch auch gerne beraten, ob das eine gute Idee ist, wie man das formulieren könnte. Wir selber sind an der Auswertung nicht beteiligt, insofern auch kein Interessenskonflikt. So, das war's. Ich wollte noch danken. Die nächste internationale Internet-Initiative, die hat uns am meisten natürlich von der EU gefördert, aber auch der Renewable Freedom Fund und die Cyber-Technology Fund, die hier sind, und der Prototype Fund haben uns mit Geldern unterstützt. Und da sind wir sehr dankbar für. Das sollten wir hier anerkennen. Ja. Gut. Vielen Dank. Ich sehe hier bereits die erste Frage. Ja. Egal. Wenn man so eine großartige Sache programmiert und implementiert, ist natürlich immer die Frage sozusagen, wie aussichtsreich ist das, dass das sozusagen mal wirklich startet. Und da würde mich eure Einschätzung interessieren. Also wirklich startet gibt es jetzt zwei Variationen. Das eine ist so wirklich durchstartet. Dafür ist die Gesellschaft verantwortlich. Für das wirklich staatlich-rechtlich. Also die richtige Antwort wäre ja, dass wir bei NGI Thaler daran arbeiten, das Ganze tatsächlich zu verfügbar zu machen. Erst über eine Pilotierung und dann über tatsächlich einen Markt-Launch. Und dann ist die Frage, wie Christian, glaube ich, gerade implizieren wollte, wie das dann angenommen wird kommerziell als Lösung. Aber das wäre dann was, was wir auf das Jahr 25, also das Nächste legen. Und deswegen eigentlich die Pilotierung absehbar ist. Aber da habt ihr jetzt mindestens eine Hoffnung oder so eine Einschätzung. Ich würde nächsten Sommer davon ausgehen, dass es da in Betrieb ist. Denkt bitte dran, die Mikrofone zu sprechen, damit das in der Aufzeichnung auch mit drin ist. Also ich würde es vielleicht nochmal konkretisieren. Hat die EZB schon bei euch angerufen? Ja, aber das war, weil sie nicht glücklich mit uns waren, weil wir einen Verriss geschrieben hatten über einen ihrer Artikel. Ich wollte mal sagen, also ich kenne das Projekt schon ein bisschen länger, wo das am Anfang mit der Firefox-Extension losging und dann irgendwie nur so Demogeld und alles. Ich habe das vorhin unten schon getestet und ja, funktioniert super und jetzt auch, dass es viele Plattformen gibt. Also freue mich da richtig, dass es da jetzt in den paar Jahren so extrem weitergegangen ist mit dem Projekt. Finde ich cool. Danke. Weitere Wortmeldungen? Also, ich sage mal so, ich bin ja technikaffin, bin sonst jemand, der sagt, neue Software kommt ja nicht aufs Telefon. Es hat fünf Minuten gedauert und ich habe den ersten Bezahlvorgang damit abgeschlossen, nachdem ich bereits mehr oder weniger innerhalb dieser fünf Minuten die App runtergeladen habe, das Konto aufgeladen habe und ich kann sagen, liebe Leute, nutzt es einfach mal, probiert es einfach mal aus. Und es muss in die Breite getragen werden. Wenn die OEMO ein Kindet-Event hat, so ein Stadtfest oder sonst irgendwas, probiert es einfach mal aus. Es ist genial. Danke dafür. Im Übrigen Zwischenmerkung, das Mikrofon kratzt leider ein bisschen. Das ist der Grund, warum sich die Vortragenden ein Mikrofon geteilt haben. Sorry dafür. Ja, super. Danke. Schöner Vortrag. Frage zum Thema Privacy. Dieses Blindsignieren, wie funktioniert das? Das muss ich mir darunter vorstellen. Im Wesentlichen, bei uns auf dem Telefon wird erstmal ein Public-Private-Keeper erzeugt. Der Private-Key signifiziert den Besitz der Münze und der Public-Key wird dann geblindet. Das heißt, er wird mit einem Faktor, einem Blinding-Faktor multipliziert und der Wert wird dann an die Exchange geschickt. Und dieser Blinding-Faktor ist ein Isomorphismus auf der Gruppe. Das heißt, ich kann aus dem geblindeten Wert nicht zurückschließen auf den ursprünglichen Wert. Auf diesen geblindeten Wert wird dann die Signatur gemacht, die wird dann zurückgeschickt und die wird dann geunblindet. Das heißt, ich muss dann sozusagen diese Signatur nochmal mit einer Variation des Blinding-Faktors multiplizieren und dann bekomme ich eine Signatur auf den ursprünglichen Wert. Und dadurch wird der ursprüngliche Wert nie dem Signierer zur Verfügung gestellt. Und das Verfahren ist sogar post-quantensicher. Es ist nicht knackbar, egal mit wie viel Rechenpower man da dran geht, solange der Blinding-Faktor auf dem lokal generierten Mobiltelefon sicher generiert wurde. Also wenn du dem Zufallszahlen-Generator auf deinem Telefon trauen kannst, bist du gut. Und das passiert also rein, dieser Datenschutz rein auf deinem Gerät und deiner Kontrolle in freier Software. Brauchst dich also nicht drauf verlassen, dass die Exchange da irgendwas korrekt macht. Gut? Super. Ja, vielen Dank. Wenn ich das jetzt, also ich bin super neugierig, wie bei Freela Software, die auszuprobieren, wenn ich jetzt ein Event habe. Ja, also genau, es sind ja ziemlich viele Applikationen. Wie umfangreich ist das tatsächlich, sozusagen jetzt das auszuprobieren als Anbieter, als Dysadmin sozusagen für diese Veranstaltung? Also ich glaube, ich würde wahrscheinlich korrekt sprechen, für die Datenspuren, wenn ich sage, das Komplexeste ist, das Konto zu eröffnen. Dafür muss man als Verein beschlussfähig sein. Da hatte auch die Wublook schon Spaß mit. Wenn man also ein Konto bei der GLS dafür eröffnet bekommt, ist man schon, sage ich mal, 90 Prozent fertig. Der Rest ist der BN oder Ubuntu-Server installieren. Wir haben dann ein Shell-Skript, das steht dann so ein paar Fragen wie, wie soll deine Währung heißen? Dann tippt man sowas ein wie Spurlos. Oder wie ist dein Domainname? Dann sagt man tala.datenspuren.de. Möchtest du ein Netzenkript-Zertifikat? Ja oder nein? Und wenn man diese Fragen beantwortet bekommt, hat man danach eigentlich ein laufendes System auf der Serverseite. Da muss man dann natürlich noch irgendwie mit den Web-Ups ein bisschen rumspielen, dass man ein paar Accounts annimmt, vielleicht die Cash rausgeben können, im Händler-Backend dann irgendwie das Inventar programmieren, aber das dann durch Webseiten sich durchklicken. Aber wenn Mikulai dazu was sagen möchte aus persönlicher Erfahrung, nein, er hat nichts dazu hinzuzufügen. wie gesagt, das Hauptproblem ist glaube ich rechtzeitig das Bankkonto beantragen. Das geht nicht innerhalb von weniger Tage und es ist auch nicht der absolute Standard-Business-Prozess. Insofern seid lieb mit den Bankern und versucht das ein paar Monate vorher. Das wäre die Hauptanforderung. Ansonsten würde ich mir in dieser Gruppe keine Sorgen machen, dass ihr das technisch nicht hinbekommt. Und last but not least, wenn ihr Unterstützung braucht, sind wir natürlich gerne bereit, euch zu unterstützen. Erst natürlich im Rahmen von Community Support, soweit wir das können. Aber wir haben eben auch diese Firma gegründet, das heißt, wenn ihr zu viel Geld habt, könnt ihr uns auch dafür bezahlen. Weitere Fragen? Genau, danke. Genau, da knüpfend. Wenn ich jetzt also eine Organisation habe, das Ausprobieren möchte, wo kann ich denn hingucken? Ist das auf der Dokumentation bei euch zu finden, was die Schritte sind, wie ich das alles einrichte? Es gibt im LPU-Filmmanual ein separates Kapitel für Regionalwährungen, da auch nochmal die Architektur dargestellt ist. Und wie gesagt, bei der Bank würde ich dringend die GLS-Bank ans Herz legen, weil wir die eben ausprobiert haben und die auch ein bisschen weiß-vitaler funktioniert. Und dann als erstes kommt, was wollt ihr? Ohne jetzt jetzt so wichtig die GLS-Bank zu erwähnen, es geht ja theoretisch auch mit jedem anderen Bankkonto, das man ewig bedienen kann. Also das ist jetzt... Und vielleicht noch zu dem kommerziellen Support als Folge, darf ich? Genau. Habt ihr mal schon genannt? Also es gibt ja durchaus... Ja, Thaler Systems SA. Ach, die Thaler Systems SA. Genau. Die eben auch das System programmiert. Wir haben eben die Kernentwickler an Bord und können natürlich auch gerne kommerzielle Unterstützung geben. Dafür ist sich schon mal gegründet worden. Wir verkaufen nicht die Software, ist ja GPL, aber wir gehen davon aus, dass es eben sein könnte, dass irgendwelche Organisationen sagen, hey, wir hätten gerne professionelle Hilfe und das kann man natürlich auch in Anspruch nehmen. Aber das heißt jetzt nicht, dass man nicht auf der Mailing-Liste einfach mal fragen kann. Manchmal hilft es ja aber zu wissen, einen kommerziellen Partner im Hintergrund, der bei Fragen unterstützen kann und der auch ein Vertragsverhältnis da ist. Genau. Ist möglich, aber nicht erforderlich. Und auch Bankkonto ist optional, wenn ihr nur Bargeld annimmt. Also man kann es ja auch rein als regional gegen Bargeld betreiben, dann braucht man auch kein Bankkonto. Hallo, ich bin Ötsch, ich bin auch Teil von dem Konsortium hier. Ich wollte eine Info noch mitgeben. Leider hat Christian eine wichtige URL unterschlagen, die noch hingehört. Aber wenn ihr auf der Thaler, auf der Online-Dokumentation nachguckt, nee, nee, auf der URL-Seite, wenn ihr dazu gekostet habt. Genau, da fehlt noch eine. Wenn ihr zum Beispiel auf Docs Thaler geht und dort unsere Dokumentation euch anseht und feststellt, da kaum was, weil die nämlich überwältigend ist, die ist umfangreich, weil so viele Komponenten daran beteiligt sind. Es gibt dann einen Link, der auf ein, auf unser Forum, unser Online-Forum ist, das ICH. dort könnt ihr eure Hinweise, Fragen, Dokumentationen dann stellen. Darauf wollte ich noch mal hinweisen. Da könnt ihr dann interaktiv auch über Probleme, zum Beispiel, was die Doku alleine angeht, sprechen. Da würde ich die Gelegenheit nutzen. Sehr gut. Weitere Fragen? Ja. 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 Ich wollte nur fragen, was ist das, was nächsten Sommer an den Start geht? Ja, also genau, im Rahmen von NGI Thaler versuchen wir, Privatsphäre fahrendes Bezahlen breiter zugänglich zu machen. Das heißt, dass es nicht mehr auf regionale Kontexte oder zeitliche Kontexte wie hier beschränkt ist, sondern dass als Alternative zum Beispiel zu PayPal oder GiroPay Thaler verwendet werden kann als dann Zahlmittel im Webshop. You name it. Und das ist das eben, was im Rahmen von NGI Thaler stattfindet und der geplante Launch, wenn man so möchte, ist dann Mitte nächsten Jahres. Also das ist dann ein normaler quasi Payment-Prozessor seit nicht nur so ein Regionalwährung nach diesen begrenzten Regelungen, die genannt wurden. Genau. Und da ja so schüchtern ist, die GLS würde dann das Thaler-Bezahlsystem in Euros betreiben und die Thaler-Operations in der Schweiz würde das Thaler-Bezahlsystem in Franken in der Schweiz betreiben. Und dann soll die Magnet-Bank später das Thaler-Bezahlsystem in Forint in Ungarn betreiben. Dann hätten wir drei. Vielleicht nochmal zum Erwartungsmanagement. Das Ganze wird ja zur Marktreife geführt. Das heißt, wir sorgen gerade dafür, dass neben dem, was technisch funktioniert, dass auch dann das aufsichtsrechtlich alles in sauberen Tüchern ist und dann in trockenen Tüchern ist und Business-Ready ist. Und das heißt, wir ab Mitte nächsten Jahres uns daran machen, Thaler als neues Lagerverfahren zu etablieren. Also weil der Hintergrund ist ja, wenn man z.B. eine Kreditkarte zahlt, gibt es genug Händler, in die Kreditkarten annehmen. Das heißt, wenn ich eine neue Bank bin und Kreditkarten rausgebe, dann kann ich mich auf das Netzwerk setzen, das Kreditkarten annehmen. Bei Thaler ist es so, dass wir das ja dann neu etablieren müssen. Also ein neues Lagerverfahren, sowohl Privatkundenseitig als auch euch alle davon überzeugen müssen, Thaler zu benutzen, aber eben auch Händler davon überzeugen müssen, dass für sie Thaler eben auch wertstiftend ist. Und da sollte ich natürlich alle mithelfen, im Business eurem Chefs sagen, nimm bitte Thaler an, baut das jetzt ein, ich habe das schon integriert, schalte das doch Mitte dringend ein. Das ist eben das, wo wir nicht wissen, ob es funktionieren wird, weil da müssen Parteien mitziehen, die wir nicht kontrollieren können. Weitere Fragen? Ja. Ein Use Case, den ich noch ansprechen möchte, wo ich jetzt nicht genau rausgehört habe, ob der auch Bestandteil ist. Gibt es die Möglichkeit, das in Situationen zu nutzen, wo ich überwiegend offline bin? Weil ich vielleicht ein Festival veranstalte, wo es ja vielleicht eine Netzwerkabdeckung ist. Du hast ja vorhin gesagt, der eine Use Case war ja halb offline, also Händler offline und der Käufer aber online, gibt es auch schon ein Konzept, dass es vielleicht mit nur wenigen Minuten am Tag offline funktioniert, dass trotzdem Zahlungen möglich sind. Also das Problem, was ich immer habe, wenn ich offline bezahle und die Parteien sind beide offline, ist, dass ich eben kopieren kann und dann kann ich doppelt ausgeben und dann ist am Ende irgendeine Partei das Geld los. Entweder der Geldempfänger, weil das Bezahlsystem sagt, Pech gehabt, oder das Bezahlsystem, was dann trotzdem den Händler auszahlen muss. Das ist ein fundamentales Technikproblem, was man nicht angehen kann. Es sei denn, man ist die EZB und nicht so technisch versiert, dann kann man das mit Geheimattechnik angeblich lösen. Aber da wir eben Kopieren nicht verbieten wollen oder können, wir wollen es nicht wegen freier Software, wir können nicht, weil es nicht, wie es geht, ist ein reines Offline-Bezahlen nicht vorgesehen. Es sei denn natürlich zwischen Parteien, die sich komplett vertrauen. Dann kann man natürlich irgendwelche Sachen hin und her kopieren, aber es ist auch technisch bei uns noch gar nicht vorgesehen, das auch nur zu erlauben, weil wieder, dann hast du das Problem benutzt und der sagt, ja, du hast mir doch rüber kopiert, warum habe ich mein Geld nicht bekommen? Dann haben wir Benutzbarkeitsprobleme, wenn es dann nicht funktioniert. Daher sagen wir eigentlich immer, eine Partei muss online sein. Aber es ist zum Beispiel auch möglich, dass nur der Händler online ist und dann macht er einfach einen Hotspot für den Kunden, auf der vorbeikommt. Also unser Snack-Automat hat ein eingebautes offenes WLAN. Genau. Okay. Das ist aber schade. Ja, dann können wir vielleicht das gleich hin und her geben, aber dann stelle ich erst meine Frage. Das Szenario nochmal aufgegriffen, wenn man jetzt als Festivalbetreiber sagt, okay, ich mache irgendwie so ein lokales WLAN, wo nur lokal ist und mache dann aber irgendwie, was weiß ich, alle zehn Minuten eine Bridge ins echte Internet mit meiner kleinen, was weiß ich, Satellitenleitung, die ich da habe, wo ich dann nur die Talerdaten durchschicke, wäre dann sowas dann denkbar? Also wenn du die Exchange, die On-Site betreibst, also wenn du die, also wenn du die, wenn du die Exchange On-Site betreibst und die Händler-Backends On-Site betreibst und hast ein lokales Netzwerk, dann ist das Einzige, was nicht gehen würde auf diese Art und Weise, wo du dann ab und zu mal online gehst, ist die Insel-Sepa-Transaktionen mitzubekommen. Das heißt, wenn dann die Kunden sagen, ich würde jetzt gerne von meinem Konto Geld abheben, ja, da musst du mal online gehen und deinen Kontostand abzugreifen. Das kannst du auch nur einmal am Tag machen, dann müssen die Leute so lange auf ihr Geld warten. Und wenn du es gegen Bargeld ausgibst, ja, dann kannst du natürlich eine reine Insellösung betreiben, solange du lokal auch die Server hast, die das Bezahlsystem vorrätig machst. Das heißt, wenn du aus dem Festivalgelände bist und sagst, wir haben lokal eine Infrastruktur, wir haben nur keine globale Internetanbindung oder haben ab und zu jemanden, der mit der Festplatte durch die Gegend fährt, um die Transaktionen zu importieren, das ginge im Prinzip. Wir können auch eine letzte Frage machen. Hier wurde sich schon gemeldet. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist es gerade EU-gefördert und da ist die Frage, wie lang ist das gesichert oder ist jetzt mit geänderten Mehrheitsverhältnissen das in Gefahr? Nein, das Projekt ist nicht in Gefahr. Das Projekt hat im Dezember letzten Jahres angefangen, läuft für drei Jahre und da ist auch nicht wirklich dran zu rötchen. Da gibt es ein vertragliches Verhältnis mit der Europäischen Kommission und es gibt auch keinen bisher, der es auch nur in Frage stellt. Genau, dann werden wir vielleicht in einer der nächsten Datenspuren von euch ein Update bekommen können, wie es dann gelaufen ist. Bis dahin, vielen Dank an unsere Speaker. Vielen Dank.